Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 65.800 US-Dollar, ziemlich schwach auf der Brust, muss man ehrlicherweise sagen. Wir hatten aber gestern noch ein bisschen News, außerdem stehen heute auch noch eine Menge, Menge News an, vor allem heute Abend dann, wenn wir jetzt alles gleich mal einen Blick drauf werfen, ob das möglicherweise dann der Grund ist oder, sage ich mal, der fortschreitende Schritt dann in Richtung 62.000 oder sogar 58.000, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video mal ein bisschen genauer angucken. Wir werden natürlich auch auf Ethereum, Gold und den anderen Mist auf jeden Fall auch dann mal schauen. Doch bevor wir starten, lasst das Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr. Wie immer kostenlos unten in der Videobeschreibung, kommt da gerne rein und wenn ihr noch eine Börse sucht zum Traden und alles, was wir hier besprechen, auch zum Nachtraden, kann ich euch nur mal eine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort könnt ihr wirklich alles über Stocks, teilweise bald sollen, glaube ich, auch wieder Aktien kommen, Krypto sowieso etc. pp traden. Also Link dazu unten in der Videobeschreibung, einfach anmelden und testen. So, jetzt aber rein in die Analyse, wie gesagt, Bitcoin momentan bei 65.800 US-Dollar. Wir hatten ja gestern den Plan hier mit unserem doppelten Boden, mit unserer Divergenz. All das hat erstmal gut eingetroffen. Nur so richtig Power kam da ehrlich gesagt nicht rein. Also so, wir sind auf 66.400 US-Dollar hochgekommen und seitdem fehlt so ein bisschen die Power nach oben hin und auch ein bisschen die Liquidität. Wenn wir uns mal den Grund gestern dazu angucken oder einen möglichen Grund, der natürlich da noch kommt, ist, dass Israel, ja, Attacke auf Libanon gestartet hat, beziehungsweise auf Beirut. Keine Ahnung, was sie sich dabei denken, aber gut, ich mische mich da ehrlich gesagt nicht ein. Aber das kam dann genau zu diesem Zeitpunkt eben raus, wo wir hier versucht haben, zumindest mal ein höheres Hoch anzutesten. Deshalb sind wir jetzt erst einmal gescheitert und lecken hier etwas rum momentan. Das macht uns dann eher wieder dazu, dass wir noch einen kleineren Dump in Richtung 65.200 US-Dollar erleben könnten. Das war ja gestern so die Option B. Sollte dieser doppelte Boden scheitern, was er nun eben halt auch ist, weil wir kein höheres Hoch gekriegt haben, wäre jetzt die nächste Option hier unten diese Ineffizienz bei 65.164 US-Dollar. Das heißt, das wäre jetzt so ein bisschen der nächste Step. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben heute noch einige News vor uns und vor allem heute, ja, heute Abend FED-Zinsentscheid. Die Zinsen sollten bei 5,5% bleiben. Ich rechne auch ehrlich gesagt weiterhin damit. Aber gut, warten wir mal ab, was da noch so kommt. Außerdem haben wir Beschäftigungsänderungen. Bruttoinland, ach nee, es ist Kanada, das interessiert uns eher weniger. Aber viel wichtiger sind eben abends der FED-Zinsentscheid und natürlich auch die Pressekonferenz danach. Mal gucken, was Paul wieder so dazu sagt. Das könnte die Märkte noch mal ein bisschen durchrütteln. Ansonsten charttechnisch hat sich, wie gesagt, zu meiner Analyse von gestern hier erstmal wenig geändert. Ich bleibe weiterhin so ein bisschen eher bei dem Ding, dass wir nochmal eine Erholung sehen. Kann gut unmöglich sein, dass wir bis heute Abend hier nochmal so einen kleineren Abverkauf sehen oder auch zur Rede dann. Aber grundsätzlich glaube ich eher, dass wir nochmal hochgehen und dann erst einen tieferen Abverkauf sehen. Aber diese ganze Libanon-Israel-Geschichte, da müssen wir noch ein bisschen darauf aufpassen können. Das könnte sich über die nächsten Woche dann wirklich mal zu einem größeren Dump dann noch hinziehen. Außerdem haben wir auch schon darüber gesprochen, beziehungsweise werden wir jetzt auch gleich nochmal über S&P 500 sprechen, dass das ja auch möglicherweise dazu führen könnte, dass wir hier auch nochmal einen Dump sehen. Aber das werden wir uns alles gleich nochmal ein bisschen genauer angucken. Erstmal, wie gesagt, Bitcoin. Bleibe ich erstmal bei meiner Meinung nochmal hochgehen, um dann weiter abzuverkaufen. Weil gesamtmarktlich hat sich eigentlich wenig geändert. Auf Daily-Sicht sind wir weiterhin in unserer Range und die sollte auch erst einmal noch ein bisschen erhalten bleiben. Ja, ansonsten gehen wir rüber zu Ethereum. Was hat sich da getan? Auch hier im Endeffekt, ja, ziemlich gleiches Spielwissen nicht nochmal hochgekommen. Aber auch hier bleibe ich so dabei, bis zu unserem Gespräch von gestern, beziehungsweise vom Video von gestern, dass wir hier auch nochmal hochgehen könnten für den Short-Bereich und dann einen weiteren Abverkauf sehen. Also auch hier keinerlei Änderung momentan. Lohnt sich nicht hier näher drauf einzugehen. So, gehen wir rüber zu Gold. Wie sieht es da aus? Hier zumindest einigermaßen die Analyse getroffen, dass wir zumindest nach oben hingehen. Wir haben leider nicht unseren Einstieg bekommen. Leider. Ansonsten würde ich aber darüber nachdenken, dass wir heute vielleicht im Laufe des Tages dann sogar hier Richtung 2430 beziehungsweise 2450 dann eine Short-Option aufmachen. Das heißt, ehrlich gesagt eher so, dass wir dann runtergehen und dann möglicherweise hier eben die Short-Position dann reingehen. Aber auch hier würde ich sogar ehrlicherweise warten, bis die Fed ihre Sache hier ein bisschen macht. Und dann mal gucken, wie so die erste Reaktion ist, um dann die Gegenreaktion zu traden. Also vorher jetzt in irgendwelche Trades reinzugehen, wäre ich etwas vorsichtig erst einmal. DAX, keine Änderung, weiterhin Konsolidierung, weiterhin in dieser Range. Wir haben zwei Take-Profits, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich mache hier erstmal nichts. Warten wir mal ab, was der heutige Tag heute noch so ein bisschen so bringt. Und wie gesagt, last but not least, Euro gegenüber dem US-Dollar. Wir haben unsere Zielmarke hier unten ja jetzt mehrfach erreichen können. Auch hier, wie gesagt, warte ich weiterhin, dass wir zumindest nochmal hier hochkommen in das Golden Pocket. Und dann können wir nochmal drüber nachdenken, ob wir unsere Position verdoppeln, also unsere Short-Position verdoppeln oder wie auch immer wir weiter vorgehen. Und jetzt noch rüber zum S&P 500. Wir sehen hier einen schönen doppelten Boden. Also Ziel wurde ja erstmal erreicht. Das war der Pivot, der Monat-Pivot. Doppelter Boden. Und wir vergleichen es ja immer gerne mal mit diesem Volatilitätsindex. Und der ist gestern ordentlich in die Höhe geschossen, nämlich 6,5%. Da könnte sich vielleicht auch wieder ein Blick drauf lohnen. Wenn wir jetzt hier nochmal eine Erholung kriegen. Ihr seht hier oben selber, wir sind auf 4 Stunden Timeframe. Wir haben hier noch ein kleineres Gap hier oben drin. Denn das könnte sich der Markt bis heute Abend noch holen und dann möglicherweise dann eine größere Überraschung kriegen, dass wir sagen, okay, dieser Volatilitätsindex baut sich noch ein bisschen auf. Natürlich auf Tagessicht. Und dass wir dann unseren größeren Dump nach unten hinkriegen. Wer weiß, wie gesagt, was die Rede heute Abend noch so bringt. Ich rechne eigentlich mit keinem großen Ereignis. Eher wieder mit so ein bisschen 10 Minuten Pump, 10 Minuten Dump-Event. Aber längerfristig gehe ich hier weiterhin von einer Korrektur aus. Und das würde dann auch wiederum neue Kriegsszenarien, FED, was weiß ich, was da noch alles auf uns zukommt und so, würde alles sehr, sehr gut passen. Das ist nur meine Meinung. Aber das hier oben für mich erstmal so ein kleiner Short-Bereich. Die 5.538 bis 5.560, vielleicht sogar die 5.585. Das für mich momentan einfach das Short-Cluster, was sehr, sehr interessant ist. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heutige Video. Relativ kurz und knapp, aber wie gesagt, es gibt kaum Änderungen. Heute Abend dann, wie gesagt, fette Zinsentscheid. Da warten wir mal ein bisschen ab, was da noch so kommen sollte. Bitcoin auf jeden Fall schwach auf der Brust. Für mich auch momentan wieder keine Altcoin-Zeit. Also ihr seht selber, Altcoins selber, tiefrote Minus. Überlegt euch einfach mit Bedacht, welche Altcoins ihr kauft. Ansonsten war es das von mir. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Genießt das heiße, sehr, sehr heiße Wetter heute. Manche mögen es, manche nicht. Ich bin da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so Fan von 35 Grad, aber gut. Gut, ja, das war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Ach ja, Like da lassen, Abo da lassen, BingX anmelden. Und das war es jetzt aber endgültig. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.